Hochkant! Wir sind alle wunderschön! Wir sind alle wunderschön! Das reicht ja eigentlich nicht! Jeeeeey! Musik Hallo aus Oberhausen! Hallihallo! Wir sind heute beim wieaktiv Firmenlauf in Oberhausen mit dem Team des Ausbildungszentrums der Bauindustrie in Oberhausen oder mit dem BfW-Team, kann man auch so sehen. Ja, wir laufen für meinen Arbeitgeber heute für die Bauindustrie Nordrhein-Westfalen und freuen uns jetzt auf knapp sechs Kilometer an der Emscher und über das Zentrogelände hier. Ja, unsere Teamfotos. Bis etwa kurz vor 18 Uhr habt ihr die Gelegenheit, euch dann noch mit euren Lieben dann nochmal fotografisch ablichten zu lassen, bevor es dann nachher auf die Strecke geht. Jetzt alle schön gucken in die Kamera! Schöne und Jubel! Abooooo! Danke schön! Jeeeeey! Wir kennen die Zahlen, wir haben einen Melderekord, wir haben tolles Wetter. Was ist das Gefühl heute morgen bei dir gewesen? Das ist ganz, ganz hervorragend und toll im Lauf. Mit Rekordteilnehmern zwar heute gar nichts im Wege steht. 3.800 Läufer stehen jetzt hier im Startwerk. getötet. waxxxxxxxxx inchxtre Art候! osure Asíxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtre Art候! Ich nicht so gut Jahre altä боi quiere sondern so leidet einmal wieder. Noch bewegt sich nichts. Wann, wann, wann! So, jetzt geht es aber los. Mehr oder weniger. Es ist brechend voll. Boah, ist das voll. Hammer, 3800 Läufer sind so auf der Strecke. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Wir sind auf dem Damm zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal. Soll ich jetzt lachen? Eieieiei. Musik 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 Danke Sehr cool Auf jeden Fall Ja, ich denke, sehr gut Ja, jetzt gucken wir erstmal, wo die anderen sind Und dann schauen wir mal Prost Prost Herzlichen Glückwunsch So, einmal genau so ist schön Sehr gut Sehr cool So, jetzt geht es wieder zurück zum Arbeitsset Ja, das war der V-Aktiv Firmenlauf Oberhausen mit dem Team des AWZ Oberhausen Apropos AWZ Oberhausen Da drin So, eben einmal hier sortieren Da drin Sind wir dann am 1. September wieder Dann geht es ein bisschen länger Ja Knapp sechs Kilometer war die Strecke 3.800 Teilnehmer waren gemeldet Ja, ist einfach eine wunderschöne Strecke hier in Oberhausen Ja, ein richtig schöner Firmenlauf Genau Und da kommen wir gerne wieder Ja gut, alles klar Selber laufen, nicht vergessen Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss